wo war das da muss irgendwo hin wurde er nicht zerstört werden können so ein vollidiot alter scheiße aber da kommt neuer würfel von daher ist es gar nicht mal so schlimm wenn er immer neu kommt warum immer neu glibberig warum weil es so vom spiel programmiert wurde auf spiel es ist unlogisch man zerstört ihn doch einfach und wir suchen nach neun da kommt er immer glibberig raus scheißegal ja dann lasst ihn einfach so mal glibberig sein er hatte okay dann helft mir mal wieder dabei ja du musst doch zuerst mal hier im portal sitzen doch du musst den machen ja habe ich doch hier ach du kannst doch von hier einfach dein portal dahin setzen aber du musst du setzt einfach dein portal dahin und dann hätte ich hier dahin ich habe gerade nicht ganz verstanden was du von mir wollte ja ja fast schon jetzt machst du ein portal da oben hin nun kommst zurück so jetzt packst du da ein portal hin wo? na da wo die VW kommt jetzt gehst du hoch lass den Ball in Ruhr ist scheißegal ja ist scheißegal so jetzt gehst du da hoch genau geht einfach durch portal weg oh ja stimmt ähm ich brauch den Würfel hier drüben aber ich krieg den hier nicht rüber ohne dass er zerstört wird es sei denn ich krieg den dazu irgendwie hier rüber zu springen während ich dieses Ding geschlossen hab äh offen hab ja das ist da kann ich dir helfen ach ja ich komme sehr verhindert die drüber am Würfel hallo hallo jetzt komm ich aber nicht mehr rein obwohl warte lass ihn da einfach mal bouncen lass ihn einfach bouncen ich lass ihn mal vielleicht hast du ja Glück dass nichts passiert genau jetzt müssen wir schnell machen ah man ist das behindert ey es muss da irgendwie eine bessere Lösung geben dafür warte mal äh von hier kann man ja nix machen öffne mir hier mal das Tor ich hab da oben ein Portal hin ja da kannst du auch einfach nochmal durch öffne mir hier mal das Tor ich hab da oben ein Portal hin na shit fast geschafft öffne mir nochmal das Portal mhm 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 springen können ich habe glaube ich eine bessere Idee dazu mach auf was noch mal noch mal auf ich bin doch hier drauf stehen geblieben ich bin einfach so kann es nicht auch einfach sein dass wir warte wenn wir da oben bring doch mal den Würfel hin bring doch mal den Würfel hier hin und wir versuchen dann von hier weiter in dem Raum kann man auch irgendwas machen das weiß ich der Würfel kommt von alleine so jetzt warte nimm du mal den Würfel in die Hand nimm du mal den Würfel in die Hand nimm du mal den Würfel in die Hand ach du warst der AFK ich hab eigentlich gesagt dass du den Würfel in die Hand nehmen sollst ach wie ich schätze aber ich will den nochmal Prozent 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 bis zu ja ich habe einen Haustern Ja. Mann. So. Mann. Meiner. So. pack den mal in die Hand ich hab keine Hände jetzt nein jetzt zerstörst du mal das da ja kann ich nämlich hier rauf dann hab ich einen besseren Überblick kannst du mal lassen und dein gelbes Portal dahin machen mein was dein gelbes und jetzt nimm den Würfel wieder hin ja so ich wurde zur Seite gedrückt kannst du nochmal unterbrechen probier ich das nochmal so ich wurde schon wieder zur Seite gedrückt um dann setzt das noch mal ein bisschen anders hin warte nein hoffen kommt da so es ist ein gelbeses ich möchte jetzt auch mal springen irgendwie hier unterbrechen mal über unterbrechen und das ist ein gelbes einfach und abbrechen jetzt mal bitte kannst du bitte ganz kurz zu top rechnen warum ich möchte auch mal ganz gut hoch so ist mal hoch genau ja dann wird zur seite gedrückt deshalb wollte ich eigentlich dass du dein portal neu setzt so jetzt jetzt noch weg jetzt kannst du da wasser machen jetzt muss das wasser noch irgendwie zu mir hin an die wand kannst du auch ein portal machen hinter dir jetzt ist der würfel sauber hier so rum und vorliegt so jetzt muss er die japan hier machen ja warte das schaffen wir hoch nehmen wir einfach den würfel und dann nehmen packen wir den hier hin dann lösche ich noch mal meine portale klub mach eins dahin so du musst mir jetzt da irgendwie hochhelfen pack da am besten dein rotes oder so ja so und dann mache ich den hier jetzt machst du dein gelbes da und bevor er hat sich nicht das nicht durch das rote warte so ja auf der kopp da hoch sprung schafft man eigentlich mit dieser scheiß aufgabe fertig das war komisch da geht es weiter seit wann könnte ich so viel hier reden das ist doch nur klar dass die irgendwas nein das waren wir gerade sie hat das licht ausgemacht die 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 nein das hat klar das gesagt nein doch das hat klar das gesagt nein wir werden über menschlicher nein wir haben gar nicht geredet okay ja ich gehe jetzt mal hier durch ja wohin müssen wir eigentlich ja ich komme durch das rot hier unten und jetzt müssen wir irgendwie weiter hoch da wieder durch das rote ich glaube da drüben ist der ausgang so jetzt mal da hin bitte dann müssen wir ja wir können auch versuchen da rüben hinzugehen ja ja das kreffen wir allerdings aber seit neun arten die ronimo hast du geschafft nein aber auch nur ganz knapp nicht äh ich bin ich hab's geschafft ich bin da irgendwie abgeprallt muss da runter springen springen tja jetzt haben wir es bis hierhin geschafft ich glaub das war ein bisschen unnötig oh ja ok ein bisschen unnötig ne hier ist das ziel ein bisschen unnötig ja ein bisschen unnötig ne äh ja 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 gut das war ja ne so jetzt öffnen wir die türe ach Tür 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 ich bin da Bird, run. Ich habe keine Planung für das. Abort. Forget your training. Run. Was are you doing? Warum are you not running? Get back. Sie ist auf die Kontrolle. Du bist nicht schützt, Machines. Ich habe das geliebte. Run. Oh, Gott. Abort. Mission Abort. Retreat. 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 Ich habe gesagt, Mission Abort. Retreat. Oh, Gott. Wir haben verloren. Es ist vorbei. Oh, that was close. Nice hustle. Kill machines. You know, shooing that bird out of the facility just now taught me a valuable... Oh, my God. She's just hitting a clone army. Smash them. Smash them and stomp them and... And... Wait. I have a better idea. Hello, and welcome to the Aperture Science of Viparous Warming Vault. You were abandoned because you're worthless. You're worthless, unloved birds with fat, ugly beaks. I'm honestly impressed that you managed to squeeze those huge beaks into such tiny eggs. Yes. I'm talking to you, Mr. Chubby Beak. You marshmallow... Oh. No, you're not marshmallows, are you? Look at those cold avian eyes. Those talons. Those razor-shark beaks. You're little killing machines, aren't you? Yes. Go to sleep, my little killers. Mommy's got a big day for you tomorrow. Ja, wir waren fertig. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ja. Das war alles. Ja. Ja, schön, wie ich die halbe Katze einfach nicht mitbekommen hab. Ähm... Die Katze war schön. Ja, aber ich hab sie einfach überhaupt nicht mitbekommen. Ich hab nur irgendwie mitbekommen, dass der Vogel weggeflogen ist. Ähm... Nur das? Ja, nur das. Und dann kam mein Vater rein. Ähm... Da hast du aber mehr als die halbe Falle nicht mitbekommen. Ja, ich muss mir die Katze dann irgendwie auf dem Internet laden und dann hier nochmal aufzeigen. Ähm... Das war's dann mit dem Projekt, oder? Ja. Ja. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Vielleicht spielen wir dann noch Benutzer-Level oder so. Benutzer-Level. Also aus dem Workshop ein paar Levels. Ja. Ähm... Ja, den Rest der Katze schneide ich dann einfach wieder hier rein. Ähm... Und dann gibt's auch die Katze, ohne dass wir reinlabern. Ja. Und ja... Und ja... Dann... Würde ich sagen... Vielleicht bis zum nächsten Together. Oder vielleicht auch zu meinem Solo-Portal 2. Oder zu meinem Solo-Portal 1. Wo er dann nicht dabei ist. Ja, die Spiele kann man halt nicht im Solo-Spiel... Ähm... Multi-Spiel. Ja, ja. Port 1 kann man leider nicht im Multi-Spiel. Ähm... Ja. Dann würde ich sagen... Tschüss. Hoffentlich hat euch das Projekt gefallen. Bis auf das Ende halt. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss.